Raffi, jetzt geht es am Samstag gegen Stansdorf. Wer nur auf die Tabelle guckt, könnte meinen, es wäre ein eindeutiges Spiel. Warum ist das nicht der Fall? Ja, weil es in dieser Liga ja bewiesen ist, dass jeder jeden schlagen kann, wie wir am Wochenende gesehen haben. Stansdorf gegen Oldenburg oder Wolfenbüttel gegen Artland. Also jedes Spiel ist schwer und ich habe die Mannschaft gesehen. Sie ist bei weitem nicht so schlecht, wie sie momentan dasteht und ich erwarte gerade von deren Spielstil für uns ein sehr, sehr schweres Spiel. Zwei Spieler stechen besonders heraus. Beide Amerikaner. Reicht es, die beiden auszuschalten oder hat Stansdorf auch mehr? Wenn man die Statistiken sieht, haben sie mehr. Sie sind, glaube ich, Nummer eins in Dreierquote. Es sind sehr, sehr viele Spieler, die sehr, sehr gut werfen können und auch hochprozentig weit über 40 Prozent werfen können. Das ist eben das Schwierige an diesem Team. Natürlich sind die zwei Leistungsträger diejenigen, die für die meisten Punkte sorgen und denen auch letztendlich die Spiele gewinnen. Aber das ist ja fast wie bei jeder anderen Mannschaft auch. Also man darf die deutschen Spieler nicht unterschätzen. Wobei ich auch erfahren habe oder gehört habe, dass sie noch einen weiteren Spieler verpflichten werden. Ob der jetzt am Wochenende schon da ist, werden wir sehen. Aber auch das ist mir nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir zu unserem Spiel finden und bereit sind, einen wieder großen Kampf abzuliefern. RJ, was wissen Sie heute noch über Stansdorf? Ich weiß, dass sie ein ziemlich guter Team spielen können. Sie können beide innen und außen spielen. Wir müssen dafür vorbereiten, unsere Spielplanung folgen, beide zu schützen und hören, was der Coach sagt. Ist es wie ein Test für das Team, um nach der ersten Laufzeit zurückzukommen? Ja, weil niemand möchte zwei Spiele in der Reihe verlieren, plus es ist ein Home-Spiel. Also ich finde, das könnte eine Motivation für uns und ein boost für uns und wieder auf eine gewinnen-Strete kommen. Wenn ich an die Spiele in der letzten Saison denke, dann waren das auch sehr kampfbedrohnte, hitzige Spiele. Ich erinnere mich da auch an ein BVB-Handtuch bei einem der Stansdorfer Spieler. Bereitest du die Jungs auch auf solche Provokationen vor? Ja, wobei sie spielen sehr hart, sie spielen sehr schnell, sie spielen viele Sachen, die sehr einfach und gut sind. Also sehr effektiv, weil sie einfach sich auf ihre Spiele verlassen und die Mannschaft guckt sich die Spiele an und eigentlich erwarte ich nicht unbedingt Provokationen. Die Mannschaft ist alt und erfahren genug, hoffe ich inzwischen sowas annehmen zu können. Wie sieht es beim Personal aus? Sind alle fit? Ja, wir hatten heute alle im Training und ich hoffe, dass es morgen und übermorgen so bleibt, damit wir zwölf Leute haben. Wir brauchen momentan jeden Spieler, um Spiele zu gewinnen und die richtige Fünf zu finden, die bereit ist, harten Kampf anzunehmen und physisch zu spielen und ihre Rolle zu spielen, den Spielplan zu verfolgen und das Spiel auch zu gewinnen. Ja, wir brauchen momentan jeden Fall.